Nee, Osten. Osten. Ja. LOL, die haben kommentiert bei uns. Ja, die Zwilling. Die haben bei uns ein Video kommentiert. Als Orb. Der hat geschrieben, ich habe da geschrieben, für die Leute, die meinen, dass wir die Buddies abgeguckt haben, habe ich einen Link geschickt. Wir spielen seit ca. drei Wochen auf einem 1.8.9-Server und haben durch Dr. Banks diesen Server gesehen und haben dann mal geschaut, wie es dort ist. Und uns gefällt es dort besser, da man dort direkt Factions finden kann und nicht Blöde rumsuchen muss. Und noch nachmache, kann es gar nicht sein, dass ein ganz normaler Spielmodus, wie zum Beispiel auch Skywars oder Badwars und so weiter ist. An alle, die das begriffen haben, ein Herzchen an euch. Und jetzt will ich nichts mehr von Nachmache lesen. Da hat er geschrieben, wenn wer was dagegen sagt, mache ich Stress. Moment, Moment, Schickling, Schickling, das will ich jetzt sehen. Ja, gut. Als ob die einfach jetzt unseren Kanal abschicken. Ich habe ja geschrieben, danke für YouTube. Ich denke mal, die wollten jetzt gucken, wie groß wir geworden sind. Ja. Weil die wissen ja, von dem Top 5 haben wir den. Wir hatten 400 Abonnenten, 450 ungefähr. Und haben jetzt einfach 2.700. Ich meine, das war eh schon, das war so ein Motivationsschub, diese ganzen Abos, die kamen. Und dann die ganzen Leute, die wirklich noch da bleiben und die Videos gucken. Ich bin einfach gerade nur so rausgetappt und sehe, sodass wir auf YouTube einfach eine Nachricht haben. Und dann sehe ich einfach das Profil und denke mir so, als ob die einfach unser Video geguckt haben. Ja gut, da hat schon der zweite YouTuber auf unser Kanal kommentiert. Als ob. What? Ja, auf dem anderen Kanal hat Izzy kommentiert. Ach so, ich dachte jetzt gerade, hätte er einfach noch kommentiert. Nein. Quatsch. Ich meine, ich war bei Herrn Bergmann, als der uns den angeschrieben hatte, war das viel krasser für mich. Ja, na, ja, weil es ist halt anders. Aber bei denen, ich weiß, ich sehe die eh nicht so als, ähm... Promi. Krass. Ja, ich sehe keinen als Promi. Ja, Herr Bergmann auch nicht, ja eben. Aber bei denen war das halt wirklich was anderes. Bei denen ist das halt so, die sind so immer mehr in meinem Alter, sag ich mal so, ne? Er Bergmann sehe ich nicht so als in meinem Alter, ich sehe den viel älter.